Läuft? Gut. So, jetzt habe ich hier folgendes vorbereitet. Hier ist der Drehpunkt unserer selbstgebauten Mini-Wippe. Hier habe ich ein ganzes Kilogramm, hier habe ich 80 Gramm. Und jetzt sieht man schon, dann aber die 80 Gramm mit einer Hebelänge von 86 cm. Heben das ganze Kilo hoch. Jetzt drehe ich mal noch ein kleines bisschen rüber, bis das Ding in Gleichstand kommt. Ja, und ich kann ablesen, 86, naja, 85,9, 85,8 Gramm. So, das bis dahin, das ist einerseits, Achtung, jetzt, genau, Herr Kameramann, ich hebe dieses kleine Gewichtchen zwar hoch, aber dafür bewegt sich das nur ein ganz bisschen. Aber man sieht, wie sehr sich die 80 Gramm da hinten bewegen. Also drastisch, riesig. Das ist ganz viel, wie die sich bewegen. Gegenüber dem kleinen bisschen, was wir da hochgehoben haben. So, Ordnung erstmal, stopp, danke.